Ich freue mich heute hier auf Peer Steinbrück, der besucht meine schöne Heimat, nämlich Andernach. Und hier haben wir uns was Besonderes ausgedacht, nämlich ein generationsübergreifendes Wohnprojekt. Wir stehen hier gerade vor dem Bewohnercafé und wenn ich mich erinnere, dann war vor zehn Jahren noch die Rede vom Krieg zwischen den Generationen. Das ist alles Quatsch. Es gibt viel mehr Zusammenhalt zwischen den Generationen, viel mehr Solidarität. Und in dem Sinne wollen wir natürlich auch solche Projekte in Zukunft fördern. Da kommt Peer Steinbrück. Ich wünsche noch einen guten Tag. Tschüss.